jetzt kommt so ein video hier auf meinem kanal mein name ist marco pommes und ja heute möchte ich euch mal meine schildkröte zeigen sie heißt fieber der name ist zwischen marco und fiebs man heißen also fiebs ist mein kollege auch und ich würde euch jetzt mal einfach mal zeigen es ist die kleine ja leute könnt ihr mal sehen so sieht ja aus ja da hinten ist die käfig und ja ich wollte euch mal einfach mal zeigen die sind ganz lieb leute die haben jetzt schon drei monate und die werden immer größer ich mach mal und ja leider ist letzte woche am sonntag ein hase von uns verstorben namens flocke er hat eine behinderung das heißt er war behindert also wir denken er war auf ein auge blind konnte mit hinterbei nicht laufen und hatte vermutlich am letzten sonntag ein schlaganfall bekommen und ist dadurch gestorben ja und ich zeige euch jetzt mal der andere hase der allein ist heißt flecki und würde sagen bis gleich sollte das ist flecki wie soll ich so ein bisschen zeigen so das ist der kleine flecki und der kleine hase der dorf jeden abend raus oder schmuck ich kann also der dorf jeden abend raus doch vier wohnzimmer rumlaufen und kleiner bereich halt genau und ich zeige jetzt auch mal mit zögeln meine wellenzettiche und jetzt zeige ich euch noch meine andere hasen hier befindet sich jetzt bär und bobby die sind nur am fressen und hier haben wir noch im keller das ist auch noch einer die sieht man nicht hat doch mein schatten hier und ja oben habe ich noch hund und luna und bis oben wieder heute und ich würde euch sagen wenn ich das video gefangen hat gibt doch gerne und ja wenn ich noch ein teil sehen wird für meine tiere dann lass doch 20 likes auf dieses video da und hat noch einen schönen tag tschau